Ich weiß jetzt schon, dass ich bereuen werde, wenn ich Support-Kit reinmache. Oh, Spot-Pool ist da nicht. Ja, das wäre nicht mal so. Nein! Ich würde mich nicht. Nein! Ich würde mich. Was ist denn so blöd, hä? Schoss du so blöd, scheiß Türke. Nice. Das ist unfair, dass du das sagen würdest. Das darf ich nicht zurücksagen. Hätten wir als scheiß Nazi beschimpfen können oder so. Nein. So was machen wir ja nicht. So was machen wir ja nicht. Ja, so was machen wir ja nicht. Das ist ja ein Freund, dass ich die Technik schon habe. Oh Gott, er ist ja unten schon durch. Das fährt direkt unser Light Tank rein. Das machen wir nie. Hm? Ja. Das machen wir nie, weil du und Frederik auch da seid. Ja, genau. Du sagst halt immer so Müll. Okay. Jetzt ist es halt ein Malpferde. Mein Matt dabei. Vielleicht Glück machen wir. Oh, du gibst mal hier drei Pferde. Ja, raus von rechts. Ich hab zwei Risky. Oh, das ist viel Psycholo, was ich hier mache. Das ist viel Psycholo. Das ist viel Psycholo. Halt die Scheiße. Du wickst in die Zweifel. Du kommst 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 in die Zweifel. Ja komm, genau. Jetzt fängt das raus. Ach komm, was ist das für ein... Explosion. Die Explosion. Die Explosion hat mich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich es nicht kriege. Das ist grün. Vielleicht ist das ziemlich gut. Aber hol sie alle. Bot kill. Hyah. Ja. Ein. Hol sie sie. Aber ich hab alle abgelenkt. Nice. Habs gesehen. Und Heavy. Nope. Okay. Wer hat nicht lange überlebt. Das ist gar nicht. So viele. Oh mein Gott. Lasst mich doch. Ah. Schmerzt euch nicht. Verdammt. Komm mal hier. Easy cross. Easy cross. Gar kein Team. Alter. Das ist hier immer gut. Das ist gar nicht. Bis auf der Snipe zum Beispiel. Wolltet range da oben oder so. Ach. So bin ich so. Was bin ich so. Der Rieb die wohl wieder weggehebt gerade. Ja. Der andere hat. Der andere hat. Guck mal. Ich stehe aber noch mitten auf C. Auf dem Hügel. Bei denen. Ich muss mit dir bleiben. Einer ist schon weiter gepusht und auf D. Wie kann man jetzt wirklich raffen? Ich hoffe aber vielleicht rafft das ja und. Es gibt einfach nur keinen. Quick Braintrace von ihm. Ja. Okay. Wicht nach oben. Ne. Dann können wir fliegen. Quick. Wicht nicht mehr. Abgesmoket. Abgesmoket. Was höre ich da. Hast du selbst abgesmoket? Ja. Hast du selbst abgesmoket? Ja. Hast du den Soldat auch? Ja. Da sind noch mehr. Ja. Da sind noch mehr. Noch ein Medic. Da sind noch mehr. Ich bin gefahren. Alter. Der oben aus dem Haus. Der hat einfach rausgeblieben. Und mich gehittet für 90. Und dann hat mich die Bar von A gefinished. Der wird dann nicht mehr so hoch. Ja. Ich bin jetzt nicht mehr so hoch. Ich bin jetzt nicht mehr so hoch. Ich bin hier aber noch weiter. Ja. Alle haben soll ich zu bleiben. Alter. Also war das Lacken, dass es gekochen hat. Es ist halt im Boden gespielt. Oh mein Gott. Ich war schon in den Sorgen. Ich war schon in den Sorgen. Oh Gott, ich werde hinten aus dem Spawn geholt gleich. Ja, ich bin tot. Ja, da kommt, äh, in Richtung A schon. Was war der? Oh Gott, der Panzer da. Irgendwo mit der Panzer. Jo, der, der, der. Dann werde ich gewone-hitted. Aus dem Spawn. Ach komm schon, diese fucking One-Hit-Range, ne? Wirklich. Danke. Komm, dropp mir Amo, verdammte Scheiße. Ja, ist er dabei. Okay. Ja, ich kann nicht. Ja, du Scheiß-Supporter. Das ist gar nicht, das war's, du auch. Ja. 50. 50. Ohhhh. Mit den... Oh, du bist okay. Du bist... Der Typ, ne, wir musst doch einmal... Fuck, ich will nicht helfen. Okay. Was? Eine Flöcher. Äh... Ich weiß nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr da. Ich res mal den Typen hier entnehmen. Warte. Ich bin da und du kannst wieder meine... Oh. Jetzt hat er hier angesnipet. Aua. Oh, ich kann dir sterben, werfen wir dann mit dem Heitkitz? Ja, ich feucht auch eins. Ritt, rechts. Ritt? Ja! Wir alle plötzlich auf die Piekitz. Scheiß Düne man, das kriegst du an den Zeigen. Oh, ein Shotgun! Ich werfe ein Flyer, warte. Leute, ich hab da hinten beide Coals im Druck gemacht. Ja, das hab ich gesehen hier vorne. Oh mein Gott. Wie die Gas die waren. Ja, wie war die Gas? Oh, fuck. Mark. Ah, ich wollte fast Kid wechseln. Hab ich gar nicht gesehen. Düt, düt. Wir machen das, ihr regelt das. Wir werden gewollt. Sagt, ihm ist einer. Ich hab nen Kill bekommen. Juli, du machst deinen Job nicht. Die Definition of Rang. Wofür ist er vielleicht? Ah, ich wusste mal zu ihr, das war. Ja, wofür ist das der Typ hin? Vielleicht wer hat er noch? Ja, das ist schon echt eine Location auf dem Weg auszuwählen. Oh, schrecklich. Oh, schrecklich, schlechte Zeit. Ach, mein Gott. Trailer hat es gesponnen. Oh mein Gott. 4 HP. Ich bin da um Scheiße. Rass mich und renn weg. Man geht mal auf. Ich bin da umsonst. 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 I'm taking the long walk, Alter. Er ist unberechenbar tot. Er ist unberechenbar tot. Standard Lighthanks. Ich bin tot. Oh. Mark, wir sind tot. Er hat der Lighting gleich hinter uns. Wir sind einige. Wir sind komplett hinterher. Ah ne. Das ist ein Bauhaus. Hauptsache ich habe irgendwie so ein 300 Punkt bekommen von dir. Normal. Ja, lohnt nicht, oder? Ne lohnt nicht. Da ist die anderen. Wir haben den Objective Edward. Oh, in der Klasse gekippt. Er hat den zurück nach. Cool. Er hat richtig gelohnt. Er hat richtig gelohnt. Mach mal sozialen Namen. Mach mal den wieder hoch. Können wir uns jetzt vom Zug fahren lassen. Würde ich sagen. Oder vom Tablet. Moment, dann steht das Zug so weit vorne, dass man unten rechts lang pushen kann. Ja. Ja. Leichenlieferung. Oh Gott, das hat Stablet usw. Nö. Steht still. Kommt ein Lighting relativ mittig von A. Oh Gott. Oh, das ist ein fehlter Sniper. Kannst rechts außen sein. Oh monatlich. Yay. Ah, jetzt ist es noch nicht mehr moatet sein. Das ist Motiv nach unten. Denkste. Ja, ist aber auch nicht. Der hat jetzt eine halbe Stunde auf mich geaimt und dann erst abgedrückt. Also es ist dann geradeaus. Nein. Zug steht, ne? Außen rechts. Siehst du den? Boah, ich hab den ganz kurz gesehen. Ah, egal. Soll er da rumliegen? Ja. Keine Ahnung mehr. Hab ich das Müll-Kid hier? Was hat er denn mit dem Zug gemacht? Ne, nimm es wieder auf, dein Kid. Sniper fehlt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einer ist low in Jungs. Wahnsinn. Oh mein Gott. Das hier. Von links. An der anderen Bühne. Oh nein. Ich bin ihm reingelaufen. Jo. Ich spürst du den. Ich dachte ehrlich gesagt, er geht nach rechts. Blau. Ausgesehen. Oh, ich spürst du auf. Oh nein. Oh, ich spürst du auf. Oh nein. Ist der tot? Äh. Ja. Oh mein Gott, jetzt werde ich gebarset. Ich bin ein. Ich werde sterben. Ja, ich bin ein. Oh nein. Ich will einfach nur ein Päckchen rum sparen Basti hier. Nein, das ist meine Aufgabe, ich mach keine Kuss mit der 9, das ist 07. Der Situation. Ich bleibe bei einem Kuss, was mir ganz schnell voll verspielen kann. Wenn wir in einem Mann, kommt es weiter. Es ist ein Kuss der Tod. Ich bleibe Yelden, das mich die ganze Zeit voll zu Press. Random holt dich oder? Die Sterben sind geräusch. Baaah Uuuuh Hahahaha 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 Wer hat nur einen kapitzt du Du hast das Hahahaha 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 Mann Basti Natürlich Der will random headshot gegeben Random bist du es Oh my god wie treff ich sowas denn Du bist noch am Arsch Mach doch Natürlich vom random wie kann man das Bette bleibt die Schüsse Das wir werden nicht das noch aus und das war direkt bei einer von den beiden Automatikus Ja oh 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 ja War hit nicht geht nicht jetzt Ist jetzt ein Hit? Ab Warum auch immer er dann rausgeslidet ist Oh 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 Oh